Seit einiger Zeit gibt es in Camtasia einen schönen Befehl, wenn man das Audio einfach stumm schalten möchte. Dazu macht man einfach einen Rechtsklick, entweder auf die Audiodatei oder in diesem Fall auf die Bildschirmaufnahme mit Audio und wählt Audio stumm schalten. Das Tastenkürzel dafür wäre Umschalt S. Jetzt möchte man aber vielleicht auch den Ton wieder haben und in der aktuellen Version Camtasia 2022.1.1 kann ich einen Rechtsklick erneut machen und dann gibt es den neuen Menüpunkt Audio wiederherstellen. So weit, so gut. Was ist aber, wenn Sie eine ältere Version haben? Da gibt es diesen Menüpunkt nicht. Also, nochmal Rechtsklick Audio stumm schalten. Ich zeige Ihnen ein paar Möglichkeiten, wie man wieder zu seinem Audio kommt. Erstmal vergrößere ich die Spur ein bisschen, damit ich besser sehen kann. Die erste Möglichkeit ist ganz einfach. Sie gehen einfach auf das Menü Ändern, Entfernen, alle Audio-Punkte und zack, wie von Zauberhand sind alle Punkte wieder da. Zweite Möglichkeit, wir machen wieder Audio stumm schalten. Die zweite Möglichkeit ist, wenn Sie in der Audio-Bearbeitung hier sind, also in den Eigenschaften, dann können Sie, wenn Sie mit dem Mauszeiger ganz vorsichtig an die untere Kante fahren, wird er zu einem Doppelpfeil. Das ist ein bisschen tricky. Und dann können Sie von dort die Spur wieder hochziehen auf 100%. Wieder stumm schalten. Und die letzte Variante ist, hier ganz links in der Ecke ist so ein kleiner Viertel-Audio-Anfasserpunkt. Und den muss man versuchen zu kriegen. Und dann kann man auch hier die Audiospur wieder auf die originalen 100% bringen ungefähr. Und natürlich die einfachste Variante haben wir schon gesehen. Rechtsklick stumm schalten, Rechtsklick wiederherstellen oder alternativ das Tastenkürzel Umschalt R. So kann man vermeiden, dass man das Audio nochmal importieren muss und einfach sich die Audiospur wiederherstellen kann. So kann man das Audio-Bearbeitung hierherstellen kann.